Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker. Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer. Kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Peter Lohmeier. Ahoi, Peter. Ja, Lein los. Hallo, Lars. Lieber Peter, mein Herz schlägt für Altona und deins auch. Mein Herz schlägt für Altona ist eine Plakataktion, für die du dich stark gemacht hast. Erzähl mal, warum schlägt dein Herz für Altona? Das schlägt schon sehr lange für Altona. Wenn ich richtig nachdenke, ich rechne es immer an meinem Sohn. Der ist jetzt 30, also gute 28 Jahre wohne ich jetzt richtig schon in Altona. und ich habe da sozusagen meine Heimat gefunden und ich finde immer, für seine Heimat muss man kämpfen oder zu seiner Heimat muss man stehen, wenn man sie denn schön haben will und in seiner Heimat bleiben will. Und das tue ich eigentlich, seit ich hier bin. Und weil dieses Stadtteil was Besonderes ist oder dieser Teil von Hamburg, ist überhaupt keine Frage, dass mein Herz dafür schlägt. Und da kam dann die Christine, Frau Dr. Essers, auf mich zu und vor meinem Lieblingsschneider. Und das heißt, beim Änderungsschneider, wo ich immer meine, ich denke auch bei Hosen nachhaltig, also wenn man bei mir Risse sieht an meinen Jeans, dann ist das, weil die alt sind und nicht, weil es modisch ist. Und der hat gestern wieder zu mir gesagt, jetzt kannst du mal die Hose wegschmeißen. So, habe ich gesagt, nee, da stecke ich jetzt. Das sagt der Schneider zu dir. Das sagt der Schneider zu mir. Okay. Und nee, da muss ich nochmal, muss er nochmal durchsagen, nichts mal, nichts mal, so. Und vor diesem Laden, vor dem Erdscher in seinem Laden, hat sie mich angesprochen. Und da ging es um dieses Plakat, also wollen wir es mal erzählen, also es ist so, es gibt ein Plakat, mein Herz schlägt für Altona und mit einem sehr schönen Text darauf und da ist ein Herz drauf. Ein medizinisches Herz. Ein medizinisches Herz, genau, das unterscheidet sich. Warum ist das eigentlich, hat sich noch niemand gefragt, warum man nicht so, ich glaube, Kinder denkt, man hat so ein richtiges Herz drin. Wahrscheinlich, ja. Du weißt ja auch nicht, den Zusammenhang, warum jetzt diese Herzform, ja. Müssen wir mal in so einen Medizin-Podcast wechseln. Ja, man stellt sich vor, es würde irgendwie auf dem Dom mal so ein schokoladenmedizinisches Herz geben, gibt es doch nicht, ne? Das wäre, ja, im Grunde sieht ein Filet-Steak fast so aus, oder? Jetzt schweifen wir ab. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall, dieses Plakat hat eben diese, liebe Frau Dr. Esser, die haben sich das ausgedacht mit vielen guten Kollegen und Kolleginnen natürlich und haben dieses Plakat herstellen lassen. Und die Idee ist, dass man dieses Plakat, haben also über 40.000 von den Plakaten herstellen lassen und haben es den ganz vielen Läden in Altona gegeben, also von der Näherei bis zum Supermarkt, wo man dieses Plakat für 10 Euro erwerben kann. Und ob man sich das jetzt zu Hause aufhängt oder in den Keller stellt, völlig egal. Wichtig sind diese 10 Euro, die man dafür zahlt, nämlich die gehen an Kleinkünstler, kleine Theater, an Leute. Kultur und Gastronomie sozusagen. Genau, Kultur und Gastronomie. Alle die, die jetzt während dieser blöden Pandemie, die über uns herrscht, irgendwie quasi an der Klippe stehen und dabei sind, irgendwie runterzufallen. Das ist eine tolle Aktion, die gibt es einmal in blau und einmal in rot, die Plakate. Für welches hast du dich entschieden? Das blaue so wie Schalke oder das rote so wie Altona 93? Ich finde beides hübsch, weil auf dem blauen ist ein rotes Herz, glaube ich, und umgekehrt. Ich habe da kein Thema mit. Ich finde beide schön, ich finde die Aktion schön. Der Text ist auch ganz, ganz toll. Wir können ihn beide wahrscheinlich nicht wiedergeben, aber es lohnt sich, sich mal mit diesem Plakat auseinanderzusetzen und das zu lesen, weil das trifft alles sehr, sehr schön auf Altona zu. Gab es denn bei dir in deiner Hamburg wieder nie einen anderen Stadtteil? War das sofort Altona? Ich habe mal ganz, ganz kurz in der Nähe vom Abaton, aber da habe ich nur ein paar Nächte übernachtet. Warum bin ich jetzt? Naja, so wie man halt mal irgendwo übernachtet. Ja, weil ich einen Freund beim Umzug geholfen habe, bitte, also jetzt nicht auf Falsches denken. Und dann war das gleich direkt, ich kenne, der Hohen Esch, das ist eine ganz kleine Straße in Ottensen. Also es war nicht nur Altona, also Ottensen ist ja noch mal ein Teil von Altona. Das heißt, die Herzklappe sozusagen. Ganz genau. Und eigentlich bin ich immer da geblieben. Das hat zu tun auch mit, die Kinder sind da in den Kindergarten gegangen, zur Schule gegangen. Und dann habe ich im Jenischpark jetzt auch, gehört ja nicht mehr zur Altona, aber Fußball gespielt. Und das mache ich immer noch. Und es gibt da halt alles. Das ist halt so ein, deshalb wollen da ja auch so viele hinziehen. Deshalb muss man ja auch darum kämpfen, dass die Mieten unten bleiben. Und das ist irgendwie, das ist nicht leicht, diesen Stadtteil so zu erhalten. Also ich meine, es hat mal, das Kenia, dieses Bismarckbad am Bahnhof gegeben. Ich meine, es hat den Bahnhof gegeben, dann wurde der klein gemacht. Dann hat es das Schwimmbad gegeben, wurde klein gemacht. Dann hat es diese kleinen Geschäfte, dann gab es das Mercado. Und was noch eins der netteren, also eigentlich ein super Einkaufszentrum ist, muss man hier auch mal sagen. Unbedingt. So. Und hier wurde ja auch Weltpolitik in Altona geschrieben, als der jüdische Friedhof da drunter lag und das da drauf gebaut wurde. Und so, da waren die alle hier, da war die Weltpresse in Altona. Also das ist ein ganz besonderer Stadtteil mit ganz viel Geschichte. Und muss ich euch ja nicht erzählen, gehörte mal zu Dänemark und die Wikinger kamen und so weiter. Und ach, und hast du nicht gesehen. Was sind denn deine drei Lieblingsorte in Altona, die du so öffentlich preisgeben magst? Also außerhalb deiner Wohnung. Dann kommen die Leute da hin und dann treffen die mich da und dann sprechen die mich an. Aber okay, Altona-Balkon ist schon ganz vorne. Es gibt da aber so heimliche Balkons. Es gibt da so quasi, wo man immer schön auf die Elbe gucken kann. Da bin ich dann auch gerne, meistens da eh, meist niemand so in der Woche um 11 Uhr vormittags lerne ich da meinen Text, sitze auf so einer Bank. Ich gehe wahnsinnig gerne unten an die Elbe und sonst, boah, irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin so viel mit dem Fahrrad unterwegs irgendwie, da zwei reichen jetzt auch. Hat viel mit Wasser zu tun, lustigerweise. Aber auch der Biomarkt ist so ein Lieblingsort von mir. Es gibt keinen so entspannten Markt, wo du so rübergehst irgendwie. Okay, im Augenblick kannst du so wenig probieren, das stört mich wegen Pandemie. Da kannst du auch mal so Käse und so, gibt es im Augenblick nicht, aber gibt es bald wieder. Viele haben ja ihre Corona-Rituale irgendwie sich versucht auch zu erhalten, genauso wie ich. Also ich bin unglaublich viel spazieren gegangen, dienstags mit meiner Freundin Wiebke durch Ottensen spazieren gegangen, was echt schön ist, weil nach und nach das Leben da wieder kam. Und dann bin ich natürlich auch immer im Kreis gelaufen in der Neuen Mitte Altona, wo ja auch die Aktion jetzt gerade vorgestellt wurde in der Blauen Blume. Hast du auch solche Rituale? Rituale jetzt? Während der Corona-Zeit? Ja, mein Ritual war, dass ich immer, da bin ich in ein anderes Stadtteil gefahren. Und zwar gibt es so einen jüdischen Tempel, einen verfallenen fast irgendwie in der Altstadt, Neustadt? Neustadt. So, da bin ich immer hingefahren, habe gemalt. Das war so mein Ritual. Aber dieses Spazierengehen ist natürlich auch, wenn du in so einem Stadtteil wohnst, wo du quasi irgendwie mal gerade achteinhalb Minuten irgendwie laufen musst, um die Elbe, um das Wasser zu sehen, um ein Kommen und Gehen, das ist halt das Tolle irgendwie auch an diesem Stadtteil. Es ist irgendwie, jedes Ankommen ist auch ein Wiedersehen, sage ich immer. Und das war eigentlich so immer, eigentlich doch, kann man sagen, das Ritual, einmal die Elbe sehen am Tag. Das möchte ich schon, weil ich höre sie ja die ganze Zeit. Also ich höre sie in dem Sinne, weil ich höre den Containerhafen da, wo ich wohne. Und das ist was ganz Schönes, wenn Menschen arbeiten nachts und ich darf schlafen. Wenn sie dich denn schlafen lassen und die Kräne nicht zu laut sind. Bist du eigentlich eher der Altbau- oder der Neubautyp-Bewohner? Der Altbautyp. Also Neubau, das müsste ich dann selber bauen. Dann wäre ich auch der Neubautyp. Jetzt mache ich irgendwann mal, habe ich Lust zu, irgendwie mal ein Haus zu bauen. Aber das wäre dann auch wahrscheinlich aus Holz. Es gibt ja Leute wie, natürlich die Bewohner der Neumittelaltern, die das alles ganz schön finden. Wie siehst du das denn von außen betrachtet? Also ich bin ja auch ein, zwei Mal kritisch dagegen vorgegangen, weil ich es einfach ästhetisch ganz furchtbar finde, diese Klötzchenhäuschen. Oder sagst du, oh mein Gott, es dient dem Zweck, dass es warm ist und nicht reinregnet. Ja, es ist jetzt da, es ist jetzt irgendwie, ich dachte auch immer, weil ich bin da um die Ecke zum Sport gegangen, wo ich so dachte, guck mal, oh die haben jetzt einen freien Blick. Und dann war ich eine Woche später da und haben sie wieder, da ist jetzt nochmal so ein Klötzchen davor, ach die haben doch keinen freien Blick. Guck mal, blöd, wenn ich das gemietet oder gekauft hätte. Also ich weiß nicht, ich möchte da nicht wohnen, gleichzeitig hoffe ich für die Menschen irgendwie, es sieht jetzt nicht gerade nach Problemviertel aus, sondern das ist schon irgendwie, das kostet schon was. Ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch der Anteil der Sozialwohnung daran ist. Es gibt zumindest einen, ja. Es gibt einen, das ist irgendwie zumindest erfreulich und du merkst halt, ich weiß nicht, ich habe da teilweise auch gedacht, alter Schwede, wenn die jetzt auch noch hier in der Ottensinn einkaufen kommen oder manchmal hat man so das Gefühl, oh da kommt jetzt so ein SUV irgendwie hier durch unsere Straße gefegt irgendwie, sind das jetzt unsere. Die können ja zu Fuß gehen, die SUVs bleiben dann stehen, aber ich meine Einkaufsmöglichkeiten gibt es ja jetzt auch auf der Seite. Ja, genau, ja, ist halt die Frage, ob sich das so eingebeint, also hübsch finde ich es auf keinen Fall. Also ich hoffe, dass die Leute da, die da, ich kenne auch jemand, der ist ja mit Familie hingezogen irgendwie, dass die da glücklich werden und dass es irgendwie. Der Park ist ganz schön, den mag ich tatsächlich. Das muss ich sagen, das ist ein bisschen der Corona-Park gewesen, da bin ich nämlich immer im Kreis gelaufen abends. Schöne Grüße an Herrn Hollenstein und Herrn Schiller, aber ansonsten ist es schon schwierig. Aber kommen wir mal zu positiveren Themen. Altona 93, du bist ja bundesweit bekannt als Schalke-Fan. Kann man sich so einen Zweitverein leisten, werde ich ja auch häufig gefragt, bin ja Bayern und St. Pauli. Jetzt bist du Schalke und Altona, öffentlich. Ja, ich finde, das kann man sich absolut leisten. Also vor allen Dingen, wenn die jetzt irgendwie keine Berührung haben, außer jetzt vielleicht mal im DFB-Pokal. Das wird ja hier in Hamburg nicht ausgespielt, DFB-Pokal. Nee. Das lässt man lieber. Nee, es ist, mein Sohn hat da gespielt, angefangen zu spielen in der Pampers-Liga. Lustigerweise mit Maxime Choupo-Moteng. Ui. Und Luis war sogar mal Kapitän in der C-Jugend, war das, glaube ich, C- oder D-Jugend, in einem Spiel mit Choupo. Da kann er immer sagen, ich war mal Kapitän und so. Jetzt ist Choupo in Paris und Luis in Berlin. Haben wir noch Kontakt? Das war sehr lustig. Wir waren mal auf dem Spiel auf Schalke und Luis hat da so ein bisschen gezögert. Ich sagte, komm, lass uns doch mal irgendwie, komm da rein in den Bereich und so, wo Maxime hinterher ist und so. Erst wollte Luis nicht so richtig und dann war das so süß, das anzugucken. Also die zwei wie früher. Und sehr lustig. Also Geld macht nicht blöde oder einsam oder wie auch immer, zumindest nicht bei Maxime. Und der wird da irgendwann wieder nach Hamburg kommen irgendwie und wahrscheinlich mit 35 bei St. Pauli spielen, denke ich mir so. So, noch ist er 30. Jetzt kann ich mal am besten so alt wie Luis. Aber wie gesagt, da hat Luis gespielt und ich habe auch mal ein legendäres, was er so lebt. Bist du denn so ein Brüllvater an der Seitenlinie gewesen? Ich, nee, 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 nicht bei den Kids, nee. Ich bin mal ein Brüller gewesen, bis ich muss mich manchmal zusammenreißen, wenn ich selber spiele. Da bin ich Zeuge von geworden, ja. Gut, aber das hält sich dann auch in Grenzen. Ich kann mich dann kontrollieren auch. Und auf jeden Fall habe ich dann mal ein Spiel gesehen, das war DFB-Pokal Dortmund gegen Altena 93. Ich war natürlich für Altena 93. Aus doppelten Gründen. Ja, und als der Karl-Heinz Rieter dann aber so, da sitzt er an der 4-Jährige-Kampfbahn, sitzt er so fünf Meter weg vom Spieler, der dann so zum Kopfball hochstieg. So hast du das Gefühl, oh, der springt jetzt acht Meter hoch, habe ich noch nie gesehen und so. Und das waren so prägende Ereignisse, wo ich jetzt wieder, klar, Thema Schalke, müssen wir jetzt gar nicht viel drüber reden, ganz traurig, wie der Verein sich gibt, was bei dem Verein los ist, wer den Verein führt teilweise und nicht mehr führt, zu Recht und ganz schlechtes Bild abgegeben. Und im Zuge dieser Pandemie, mein Nachbar ist im Vorstand auch von Altena 93, sprach der mich an, können wir mal was machen mit Altena und so. Und ich sage, das war eh schon mal eine Frage, was passiert denn mit den Amateurvereinen? Wer kümmert sich denn um die? Warum, da diskutieren die Bundesligisten wirklich über 750 Millionen, so, ganz großes Kino irgendwie. Und anstatt zu sagen, dass alle sagen, wir verzichten auf 100 Millionen von diesen 750 und machen Rettungsschirm für die Amateurvereine, keine Demut, nichts. Und da kommt schlussendlich, kommt der Nachwuchs daher. So, und das heißt irgendwie hier, der eine Spieler hat irgendwie vorher bei Greifswald gespielt, irgendwie Toni Kroos, bevor er nach Rostock ging, bevor er nach so und so ging und dann nach Bayern ging und dann nach Madrid. So, und wenn man den Nachwuchs, und das ist ja nicht nur der Nachwuchs, den wir dann hinterher im Fernsehen sehen, wo er die Millionen verdient, nein, es ist, jeder Verein hat eine soziale Verantwortung. Genauso wie Teutonia 09 und so bei mir ganz nah um die Ecke oder eben Altena 93. Und wenn du die soziale Verantwortung nicht mehr für deine Stadt, nicht mehr für die Bevölkerung halten kannst, dann fällt ein ganz wichtiger Teil dieser Gesellschaft, da fällt er weg. Und das, das ist, das tut mir weh und da bin ich irgendwie ganz böse, auch wie jetzt schon wieder irgendwie, ich habe es vorausgesagt, neulich mal im Interview, was wird diese Pandemie ändern bei diesen Fußballköpfen? Gar nichts, also bei diesen Manager, ich stelle vertreten jetzt mal von deinem Verein, Herr Hoeneß oder Herr Rummenigge und bei dem anderen Herrn Watzke und so weiter. Bei uns Herrn Schneider, die sparen müssen oder Berlin, Herr Windhorst, wie bescheuert die da mit ihren Summen rumknallen, das macht mich, warum hast du mich überhaupt angerufen? Das macht mich jetzt richtig depressiv. Das tut mir leid, bei so einem schönen Sonnenschein. Erzähl nochmal kurz, du bist tatsächlich, im Gegensatz zu vielen Kulturtreibenden, hast du tatsächlich auch schon gearbeitet dieses Jahr, Gott sei Dank. Ja, ich war in Salzburg. Du warst mal wieder in Salzburg und hast Jedermann gespielt. Wie oft hast du da schon gespielt? Also den Tod im Jedermann, das habe ich über 100 Mal gespielt und nun reicht es auch und das seit acht Jahren und in zwei verschiedenen Inszenierungen mit ein, zwei, drei Jedermännern und fünf Bullschaften, glaube ich, vier Bullschaften und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war ein ganz großes Kino, das war, wenn wir draußen gespielt haben, vor 2.500 Menschen, die einem zugehört haben und ja, dann war es wirklich acht Jahre Salzburg gerockt. Ich sehe schon, Peter, wir haben ganz viele Themen, die wir noch besprechen müssen. Das alles passt leider nicht in diese Viertelstunde. Ah ja, schade. Aber ich rufe dich einfach nochmal an und dann quatschen wir nochmal und vielleicht sehen wir uns demnächst beim Altona 93 oder im Mercado oder wo auch immer. Alles Gute, bis dahin. Ja, freut mich. Ahoi. Ja, Ahoi, ja. Ja, Laien los wieder, ne. Jo, bis die Tage, ne. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.